11.000 Hektar Natur warten im Nationalpark Eifel darauf, entdeckt zu werden. Eine der schönsten Gegenden des Nationalparks ist die Eifler Seenplatte, die von der Ruhrtalsperre Schwammen Aul sowie dem Obersee und dem Urftsee gebildet wird. Mit 203 Millionen Kubikmetern Inhalt und einer Wasserfläche von 8 Quadratkilometern ist die Ruhrtalsperre Schwammen Aul die zweitgrößte Talsperre der Bundesrepublik. Zusammen mit dem Obersee ist sie etwa 22 Kilometer lang. Rund um die Trinkwassertalsperre gibt es keine Autostraßen. Das Wegenetz ist allein für Wanderer und Fahrradfahrer da und ermöglicht immer wieder interessante Blicke in die Natur und auf den nahen See. Wer den See einmal richtig kennenlernen möchte, der sollte unbedingt eine Schiffsreise mit der weißen Flotte der Ruhrseeschifffahrt buchen. Mit den geräuscharmen Elektroschiffen Eifel und St. Nikolaus geht es von dort nach Einruhr. Es ist möglich, am neuen Anleger Jägersweiler auszusteigen, von wo aus man zu Fuß nach Vogelsang wandern kann, dem Zentrum des Nationalparks Eifel. Besonders im Herbst kann man auf der Seenplatte den einzigartigen Indian Summer der Eifel erleben. Unbedingt empfehlenswert ist dabei eine Fahrt zur Uftsee-Staumauer. Damit Sie ahnen, was Sie im Nationalpark Eifel erwartet, haben wir für Sie ein paar Bilder eingefangen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 An der Staumauer der Urftalsperre endet die Reise auf dem Obersee. Errichtet wurde das imposante Bauwerk von 1900 bis 1905. Der Urftstausee war damals der größte Stausee in Europa und lockte bereits während der Bauzeit zahllose Touristen an. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Urftstausee als Teil des belgischen Truppenübungsplatzes Vogelsang jedoch für die Öffentlichkeit gesperrt. Erst nach Abzug des belgischen Militärs im Dezember 2005 wurde der Stausee als Kernstück des 2004 gegründeten Nationalparks Eifel wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Nationalparkverwaltung hat zahlreiche neue Fahrrad- und Wanderstrecken anlegen lassen, die es erlauben, sich auf festen Wegen durch die atemberaubende Natur zu bewegen, die über 60 Jahre lang von Menschenhand fast völlig unberührt geblieben ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020